Musik 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 Ich wollte das erste Mal am See mal richtig mit Futter arbeiten. Es sollte dazu kein unbekannter See sein, damit ich nicht einfach vollkommen bei null anfange, aber trotzdem einer, wo ich noch viel zu entdecken habe. Dann habe ich mich für das Gewässer eben entschieden, wo ich die ersten Fische im Jahr gefangen hatte. Dann musste ich also auch einen Platz auswählen. Ich wollte auch wieder ganz in den Osten des Sees, wo einfach die warme Westwände hindrücken, das noch warme Wasser hindrückt. Ich musste da aber irgendwie zu Fuß frittern können. Und dementsprechend war der Platz auch gar nicht so weit weg von dem, wo ich Anfang des Jahres die Fische hatte. Und dort, wo ich die Fische hatte, Anfang des Jahres hat sich mittlerweile eine kleine Insel gebildet. Dahinter war also von der anderen Seite quasi versperrt. Das heißt, das war schon mal ein guter Anhaltspunkt. Dort werden dann von der anderen Seite aus die Leute zumindest nicht hinangeln. Auch das ist natürlich so ein Faktor, wenn man da richtig Futter macht, dann will man auch nicht, dass der Platz belegt ist. Tja, also war das auch ein Kriterium. Es muss ein Platz sein, wo die Leute nicht unbedingt alle angeln. Ich musste also einmal um den Halbensee rumlaufen, um dort zu füttern. Und das machen, wenn man ehrlich ist, ja nicht so viele. Zumal man auch noch über so einen Ball muss und so weiter und so weiter. Und das hat so weit auch geklappt. Und dann kam der besagte Tag. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich musste innerlich immer schon so meine Erwartungen dämpfen. Vielleicht kennst du der ein oder andere. Man möchte sich innerlich immer noch so ein bisschen ehren, damit man im Falle des Falles nicht zu enttäuscht ist. Da ich einfach so kaum bis gar keine Erfahrung habe, was so eine große Futter-Session im See angeht, war ich schon ziemlich nervös, war aber auch voller Vorfreude und hatte schon ein gutes Gefühl. Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, erstmal das Nötigste hingestellt und dann erstmal rutenfertig gemacht, weil die müssen dann natürlich so schnell wie möglich einfach rein. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin an einem Baggersee unterwegs und den kennt ihr auch schon. Das ist der Baggersee, wo ich mit Nico am Anfang des Jahres schon mal war. Nico darf ja leider nicht mehr mitangeln, deswegen angel ich eben alleine. Ich habe jetzt hier zwei Wochen Futterkampagne gemacht, habe hier richtig grobe Kelle gegeben für meine Verhältnisse und bin einfach mal gespannt, ob es halt wirklich so viel bringt im Herbst. Denn man sagt ja irgendwo Futter ist Macht und genau das will ich testen. Und zwar habe ich angefangen ganz normal, oder was heißt ganz normal, also ich habe angefangen Hälfte Pellets, Harleywood Pellets in dem Fall und Hälfte Beulich zu füttern. Da war ich bei beiden dann bei zweieinhalb Kilo, das heißt insgesamt eine Futtermenge von fünf Kilo. Ich bin jeden zweiten Tag hierher gefahren und habe dann nach und nach die Pellets durch Tigernüsse ausgetauscht. Dementsprechend werde ich eine Route auch mit Tigernüssen fischen. Hier habe ich einmal eine schwarze Tigernuss und einmal eine ganz normale, wo ich die Enten hier einfach so ein bisschen abgeschnitten habe mit der Schere. Das ist vielleicht auch unter Wasser nochmal so ein kleiner Eyecatcher. Ja, die Tigernüsse fische ich an einem ganz normalen Derick, so wie ich schon oft gefischt habe. Und das eine oder andere Mal auch vielleicht schon erklärt habe. Ja, des Weiteren fische ich auch einmal mein beliebtes Ronny-Rick mit einem einzelnen Pop-Up. Mit einem Nash-Claw-Haken, das hat bei mir einfach immer gut funktioniert als Vorfachmaterial. Damit es einfach steif ist und sich hier nicht verwickelt, habe ich hier das IQ von Korda mal wieder gewählt. Funktioniert bei mir zumindest immer super. Und da ich hier mit drei Routen fischen darf, habe ich zu guter Letzt jetzt noch einen Schneemann. Ja, mit einem relativ hellen Boily und dann mit so einem Coated Pop-Up, wo noch Teig drumherum ist. Bei diesem Vorfach probiere ich mal ein bisschen was raus. Und zwar fische ich hier mal den White Gap von Korda aus der Basics Range. Hier ist es das Besondere, dass das Öhr jetzt hier einfach nochmal viel schräger angewinkelt ist als beim normalen White Gap. Und dementsprechend spare ich mir hier einfach den Kicker. Die kommen jetzt drauf und dann fliegen die Routen auch schon rein und ich hoffe, dass da relativ zügig einer abläuft. Weil wie gesagt, ich habe hier richtig Futter gegeben, richtig grobe Keller gemacht. Und man hört es im Hintergrund, es wird noch gebaggert. Aber scheißegal, die Routen müssen rein. Ich bin heiß, Fische zu fangen und bin hier auch echt guter Dinge. Ich bin heiß, Fische zu fangen. Ich bin heiß, Fische zu fangen. Ich bin heiß, Fische zu fangen. habe ich quasi minütlich mit einem Biss gerechnet. Überzeugt war ich einfach davon und mit jeder Sekunde, die irgendwie dann verstreicht, zweifelst du immer mehr daran. Habe ich wirklich den richtigen Platz gewählt? Habe ich zu viel gefüttert? Habe ich zu wenig gefüttert? All diese Sachen, all diese Variablen, die man hätte irgendwie ändern können, gehen dann durch den Kopf und man weiß einfach nicht, ob das alles so passt und dann sollte auch schon der erste Abend dann irgendwann kommen. Gerade in so einer Dämmerung, im wirklich aller allerletzten Licht, habe ich dann halbes bekommen auf Tigernüsse. Und ich dachte erst so, okay, Rassen, Schleie, sonst was, keine Ahnung. Und dann konnte ich dort den ersten Fisch fangen. Hier ist das gute Stück. Richtig cool. Ich freue mich, denn es zeigt zumindest, dass ich nicht ganz falsch lag mit meiner Platzwahl und mit meiner Futterstrategie hier. Einfach geil, wenn man ja, wenn so diesen, diesen erlösenden Fisch irgendwo hat, dass man nicht ganz dran vorbei angelt. Ja, mega geil. Und eben hat auch schon mal ganz kurz die andere Route gepiept, da werde ich gleich mal nachgucken. Aber erstmal versorgen wir den Kumpel. Und ja, ich bin happy. Danke für deinen Besuch. Ja, konnte ich einfach mit einem positiven Gefühl ins Bett gehen, wo ich dann aber auch gar nicht so super lange liegen konnte, denn in der Nacht hatte sich dann noch ein paar Mal was getan. Ja, Dauerbeschallung durch irgendeine Party hier. Aber jetzt hat auch ein paar Mal was getan. Jetzt habe ich auch meinen Bissanzeiger mal wieder losgeschallert. Wobei, das war wieder so ein Rassenbiss. Aber ist auf jeden Fall ein richtig kampfstarker Junge hier. Da haben wir das gute Stück. Diesmal beerdet uns an Schuppi. Ja, richtiger Prachtener. Mit viel, viel Dampf. Man hätte denken können, er kommt aus dem Fluss. Sehr schön. Ich freue mich. Er kam jetzt auf der ganz rechten Route, auf mein geliebtes Ronnyweg. Dampf! Dampf! Ja, man hört schon im Hintergrund, hier wird am frühen Morgen wieder gearbeitet und auch ich musste eben arbeiten, denn der erste richtige Lauf hat mich aus dem Schlaf gerissen und ich habe mir ordentlich den Kopf gestoßen. Aber hier ist der Kumpel, eine bisschen verformte Schnute hat er, aber das macht so ein Fisch auch gerne mal besonders. Ich bin happy, auf jede Route bzw. auf die linke und auf die rechte Route kamen jetzt zwei Fische. Einen haben wir nicht abgefilmt, weil er wirklich sehr, sehr klein war. Aber den hier präsentiert man ja gerne. Wieder gebissen auf dem Popup und solide gehakt mit dem Ronny-Rick. Ja, der Plan geht irgendwo auf. Ja, was soll ich sagen? Einfach cool, ne? Schon geil. Also gerade wenn du halt vorher mehr Arbeit rein investiert hast, dann haben diese Fische auch schon mehr Wertigkeit, ne? Muss man ganz klar sagen. Weil man weiß ja einfach okay, wie viel Zeit, wie viel Geld und wie viel Gedanken stecken jetzt da drin? Und das zahlt sich dann irgendwo so ein Stück weit aus. Dann ging der zweite Tag los und dann wusste ich auch nicht so ganz, okay, wird jetzt tagsüber was laufen, wird nichts laufen. Und dann habe ich erstmal abgewartet, was der Vormittag so bringt und mir dann nochmal Gedanken gemacht. Also ich habe links eine Route unter einem Busch. Ich habe die Route geradeaus, die die Flachste der Routen darstellt und die Rechte, die ist wirklich im tieferen Bereich. Die hat auch die meisten Fische bis dato gebracht und die in der Mitte die Flachste gar nicht. Obwohl das der Platz ist, weswegen ich da auch unbedingt mich hinsetzen wollte, habe ich mich dann dazu entschlossen, okay, ihn zumindest jetzt tagsüber aufzugeben und die Route umzuplatzieren. Und, tja, gesagt, getan, die Route auch etwas tiefer platziert und dann einfach mal ein bisschen mit der Drohne rumgeflogen. Ich wollte sehen, okay, kann man irgendwelche Fische finden. Und genau auf dem Platz, wo die Route vorher lag, sehe ich da einen Fisch rüberschwemmen. Ja, da ärgert man sich dann schon, ne? Also, ärgern ist noch nett ausgedrückt. Eigentlich habe ich mich eher an den Arsch gebissen, dass ich die Route dann da weggenommen habe. Die erste Nacht und der erste Tag liegen jetzt hinter mir. Die Nacht lief eigentlich dann ganz gut an. Ich konnte vier Fische fangen, beziehungsweise der letzte kam heute Morgen. Und tagsüber war es einfach komplett tot. Das Wetter war sehr wechselhaft. Irgendwann zwischendurch ist auch mal die Sonne rausgekommen. Und, ja, ich hatte auch zwischenzeitlich mal die Mitte-Route weggenommen und anders platziert. Und bin dann mit der Drohne rumgeflogen und habe natürlich genau dann gesehen, dass ein Fisch über meinen Platz rüber geschwommen ist. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Die Route habe ich dann gleich wieder hingelegt. Aber, ja, dann ist natürlich nichts mehr passiert. Ich werde mir jetzt nur was zu essen machen. Und, ja, hoffen natürlich, dass die zweite Nacht gut verläuft. Auf jeden Fall schon mal besser als der Tag. Mit etwas Glück vielleicht sogar noch besser als die erste Nacht. Also drückt mir die Daumen. Und, ja, wenn was passiert, seid ihr natürlich mit am Start. Ja, jetzt lief es zum ersten Mal die mittlere Route ab. Ich habe ihn schon gesehen. Das ist ein kleiner Schuppi. Standardgröße für dieses Gewässer. Aber der erste Fisch auf die Route ist schon mal sehr cool. Der erste Fisch der zweiten Nacht kam diesmal auf den mittleren Spot. Ich habe für diese Nacht da auch einen Spinnerick herangemacht. Beziehungsweise ich habe direkt einfach mal getauscht von der rechten und der mittleren Route. Und siehe da, schon läuft der erste Fisch raus. Das ist jetzt der zweite kleinste Fisch. Den kleinsten hatten wir gestern Nacht ja gar nicht abgefilmt. Aber da waren wir ja auch noch ein bisschen verballert. Jetzt haben wir noch gar nicht geschlafen. Und hier ist er. Ein kleiner, schöner, flinker Schuppi, der mir auch noch die andere Route eingesammelt hat. Ja. So kann die Nacht weiterlaufen. Meinetwegen. Ja. Fisch Nummer 6. In der zweiten Nacht. Und diese Nacht ist irgendwie alles anders als letzte Nacht. Denn der Fisch kam jetzt auch auf der mittleren Route, wie schon der davor, auch wieder auf dem Pop-Up. Sie scheinen jetzt flacher zu laufen. Das soll mich aber gar nicht stören. Denn ich habe das Schätzchen ja jetzt hier. Er hat hier an seiner Bauchflosse aber so einen dunkleren Streifen. Ich glaube, man sieht das nicht. Aber es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ich dachte, ich kann dem See mir ein paar unbekannte Schätze entlocken. Gut, die Fische waren mir unbekannt, aber ich dachte, da kommt noch mehr. Ich dachte, ich könnte da jetzt den richtigen Fangrausch hinlegen. Aber so ist es. Man muss einfach seine Erfahrungen machen. Und die habe ich da gemacht. Und ich war ja nicht ganz erfolglos. Und so ging diese Session dann für mich doch irgendwie mit einem Happy End zu Ende. Und ich weiß auf jeden Fall, ich werde das wieder machen. Ja, und das, was ich aus dieser Session für mich mitnehme, ist einfach natürlich ein Berg Erfahrung, wie diese Futterplatzangelei im See dann doch eher funktioniert. Also mehr Vertrauen vielleicht, vielleicht vorher auch viel mehr Gedanken machen. Okay, wie wähle ich meine Plätze aus? Teste ich diesen Platz vorher an, bevor ich ihn wirklich zwei Wochen unter Futter halte? Und so viel Menge da reinschmeiße. Vielleicht auch Plätze wählen, die man besser kontrollieren kann. Hey, das sind Sachen, die ich mitnehme. Und die ihr irgendwann mal in Form eines Videos sehen werdet. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Like oder einen Kommentar da lasst. Oder sogar den Kanal abonniert. Dann auch vielleicht die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Also, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Wie machst du das? Ich fühl doch jetzt auch kein Fliegengewicht. Ich habe mich so erschrocken, da ich mir so was von den Hals wieder verrenkt habe. Ich habe wieder einen Nackenschmerz und habe mir erst mal den Kopf an meiner Spinne vom Brolli angeschlagen. Bin fast wieder K.O. gegangen. Er ist ein Affe. Eine Hundelunge. Kapazität hat er. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.